Also entweder das Teil ist nicht da oder es fehlt. Wie heißt der Film? Haiwender! Ey, man frei! Manfred! Ein 18er Schlüssel! Wo bleibt denn der Kerl? Körperteil zur Nahrungsaufnahme. Äh, Maul. Wo? Kannst du den Berger gleich eins bringen? Nix. Ah, nix. So, komm mal, was ist denn? Ah, ja. Papa, schau mal, oder? Toll? Das ist ein paar Mal.